Weil du in der Liste in der Mitte stehst und Jules hat schon wieder nicht aufgepasst, ey. Ey, was? Ja, siehst du, so passt du auf, ey. Guten Tag, Lion. Jules. Let's. Lion! Ich hab ein Null. Ich hab so, wie ich Blitz kriege. Ach so, random Operator. Ich hab nur verstanden, random ist hot. Ja, nee, nee, also warten. Alles random. So, und jetzt alle aufs Dach, bis auf Kevin. Alle aufs Dach, danach kommt Aless, nee, Tobi. Dann Aless, dann Julius, dann ich. Also jetzt erstmal alle... So, man. Geht mal aufs Dach, bevor Schlussspiel ist für mich und spielbar, yeah. Ach ja, ist jemand verletzt, ist der andere dran und er darf nicht wiederbleiben. Genau, man darf ihn nicht wiederbleiben. Sag Bescheid, wenn ihr auch oben seid. Das dauert so lange, auf dieses Schickdach zu kommen, ey. So, einer ist oben, Nummer zwei ist oben, Nummer drei ist oben. Jetzt finden wir nur noch Alessa. Das geht noch weiter nach oben. Okay, Kevin. Du darfst. Viel Spaß. So, und wir machen jetzt hier oben, weiß nicht, so Party hier. So heißt, wir setzen uns hier so hin. Also hier ist schon eine schöne Lounge, damit man es aushalten kann bei diesem Temperatur. Okay, Tobi, wir gleich sterben. Verstehe. Party. Wenn du als erstes, weil du zu viel CSU gespielt hast, zum Drucken zur Steuerung drückst. Wo ist der Typ hin? Wahrscheinlich, wenn dein Kevin durchhält. Na komm raus. Danke. Wir können ja, was wir machen können, wir haben langweilig, dass wir uns mit der Drohne hinterherfahren. Ja, ich bin schon vom Fernsehen. Nur spotten nicht. Also nicht spotten mit der Camper. Das wäre ja... Ne, ne, wo ist er denn? Der hilft. Ey, Julius. Julius, 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 Julius. Alter, schau mal. Handy in den Boden gerammt, Alter. Da war er lässert. Es gibt Profis. Ja, ne, pack mal weg. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr geredet. Wenn du, wenn du dich sitzt, oder was in den Boden gerammt, oder was in den Boden gerammt hat, oder was in der Boden gerammt. Ey, der schießt auf mich. Bin der? Ich schiebe auf meine Nudeln. Erfennig bin ich ja nicht im Mutigen, aber... Ganz geil, wie hier so viele Drohnen rumfahren, Alter. Weißt du, der Sound muss richtig für den Arsch sein, für ihn, wenn so viele Drohnen rumfahren. Geht. Nee, wessen Drohne ist das hier bei mir? Also ich nicht. Aber sind wir alle hier. Nee, wir sind nur drei. Ein oder vier. Alles war wahrscheinlich. Nee, ich bin der Turbys Drohne. Ach so? Fass bei mir mit. Oh, das ist aber nett. Okay, dann haben wir den hier noch so. Ach, hier ist die Küche. Also ob die Küche leer ist. 500... 400er Ping. Ja, das Spiel ist für mich einfach auch ein Spiel. Nee. Du hast nur 360. Nee, 410, ne? 800. Ja, ja, das bin ich. Au. Da ist er weg. Und... Tobi, du darfst. Wuhu. Wuhu. Du hörst mich? Darauf erst mal ein Schick. Magnavit. Ey, ich will auch. Wollte ich krippiere gleich mal runterfallen? Sehr gut. Ja, Magna. Aber dabei ist von meiner Grafikkarte nur, ähm, die Hälfte in Benutzung. Ja, mate, deine Ping hat doch nichts mit der Grafikkarte zu tun. Das ist dein Netzwerk. Ja. Dein Internet. Ja. Ja. Ja, Alessa. Äh, what? Okay, die kam von draußen. Drei von draußen. Ah, okay. Jetzt wieder. Willkommen in Rainbow. Tobi. Willkommen auf Yacht vor allem. Wer ist dran? Alessa ist dran, ne? Ja. Ja, auf dem Weg. Außen, also. Kann ich mehr mit der Drohne umgehen fahren? Ja, weil du noch... Wo ist denn Alessa? Da. Ja, ich bin doch schon da. Entschuldigung, ich hab nur gerade deine Cam gesucht. Ich wurde eliminiert. Kann keine Drohne mehr fahren, wo ist es scheiße tot zu sein? Ja. Grab yourself some popcorn and enjoy the view. Okay. So please enjoy the show. Yes. Die relativ schnell vorbei jetzt sehe ich gerade. Warum? 7 HP. Ach, der kam von draußen ja der Wichser. Und die Granatik kam auch noch hinterher. Nächste Runde andere Map bitte. Julius! Ja, das machen wir auch. Danke. Die Map ist auch... Kann man wohl Klassiker machen, wie Bank oder sowas? Wir können es leider nicht erzählen. Oh, wohl so. Julius, darf ich kurz was fragen, Julius? Ja. Warum nutzt du für sowas einen Handgranate Lauf? Ähm, warum nutzt du nicht einfach deinen Hammer für die Tür? Deshalb. Weil da einer stand, okay. So, James Bond ist da. Wieder auf. Oh, warte, soll ich den Sound wirklich anmachen? Ja, bitte. Ja, komm hervon. James Bond habe ich nichts gegen, das hat schon oft funktioniert. Eben. 15 Minuten noch, ne? Ja, ja, ist gut, ja. Ich muss erst mal das Lied raussuchen. Dum 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 dum. Julius, du wurdest nicht gefallen. Ach nee, das war der Fälschfilm. Ja, das war Mission Impossible, ja. Ja, das war Mission Impossible. Ja. 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 Boah, das war ja krassend länger. Das einzige Tobi, was gefehlt hat bei der Geschichte, war einfach konsequent die Bosque. So. Mit dir hätte es funktioniert. Mit Alessa, du bist dritte. Auch mit 31 Punkten? Alles klar, wann kriegen die... die Mer Юtis auf nichts. Nee, ich auch nicht. Ich freu mich schon auf die neue Theme Park. He? Wer ist raus? Oh, fuck. Wieso bist du denn so raus? Ping? Ja, okay, dann allein Return to Man, Yo. Uhhh. Ey, du warst doch in ner Runde die ganze Zeit drin, oder nicht? Ja, aber ich habe umgestellt, die Internetverbindung habe ich immer umgestellt. Ah, Moment, du kannst die, was? Wait, wait, what? Ja, er hat halt von WLAN auf LAN gestellt oder so. Genau, andersrum tatsächlich. What? Wenn die WLAN-Verbindung besser als die LAN-Verbindung ist, dann wirst du ganz genau, Digga, in deinem Leben läuft es richtig. Ja. Falsch. Beziehungsweise, dann brauchst du ein neues LAN-Kabel. Da ist er, der Julius, mein Schatz. Hey, da ist er auch wieder im Camp Chat. Und wo ist Kevin? Ich bin raus, weil ich leider, ich streame halt nebenher und wenn ich streame, kann ich leider nicht gleichzeitig im Discord die Webcam anhaben. Ah, immer diese Streamer, ey. Glimm, gell? Ja, ehrlich. Schlimm, diese Leute. Theoretisch, wenn ihr mich sehen wollt, ne? Ach, Kevin. So, Jungs. Damit ihr mal seht, was hier halt wirklich stimmt. Ich wollt Kanal haben. Warum? Wenn man zur Alarmierung durch die Innenstadt fahren soll. Alter, du musst mal in München einen Einsatz haben. Du, mir reicht die Fahrtwälder in Hannover schon. Mit Baustelle. Denk dran. Ach, die reicht mir schon. Ich glaub, Düsseldorf-Instadt wäre noch katastrophaler, Tobi. So ging's mir letzten Montag. Das kann ich nicht tun. Mit Nirg kann ich arbeiten. Welche Map eigentlich Origin? Also hab ich schon wieder James Maverick Krieger, Alter. Ja, wenigstens mit dem LMG. Tobi, wir haben gewechselt. Jetzt bin ich Drucker. Ja. Warte, welche Waffe hab ich? Bosk. Äh, Bosk. Warte, wo können wir uns eigentlich auf der Map verstecken? Ah, im Tower ganz oben. Eliminated Terrorist. Wenn jemand hochkommt, knall ihn ab. Ja, also im Tower ganz oben, würd ich sagen. Wo ist denn der Tower? Da hinten. Ja, dahinten. Lustig. Also auf dem Tower wollt ihr euch verglichen, ne? Sind Gadgets erlaubt? Auf oder im? Prinzipiell ist alles erlaubt, außer du spielst, wenn jemand am Leben ist. Wenn man so eine Granate nach einem anderen schmeißen, ist nicht, ne? Warte mal, welchen Charakter ich spiele. Fuse! Lol! Ey, als kleiner Teppich würd mich hier oben hinlegen, weil sonst werdet ihr wahrscheinlich getroffen. Ja. Selbst wenn du leagst, wirst du teilweise getroffen. Und am besten auf diese Seite hier, so. Ich glaub, es geht besser. Alter! Könnt ihr mal weniger aggressiv sein? Ich würd entscheiden, wenn die Jungs da oben sind. Und Mädels. Wir sind da oben. Ihr seid da oben? Ja. Boah, leg los. Hallo Drohne. Moin. Wo ist der Spasti, der auf mich geschossen hat? Ich hol mir endlich schonmal 20 Punkte, ne? Ne. Ne, Tobi, aus. Mit Julius verwerf ich jetzt mit ner Drohne. Okay, ich hab grad durch die durchgeworfen, alles klar. Das kostet Leben, mein Freund. Ich hab grad durch die durchgeworfen. Wofür? Wieso auf die Drohne wetterschießen, die Idioten? So, wo stand der Wegst du noch? Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Oh, der Wegst du noch da. Oh, waaah. Wo war eigentlich mein Pufflicht? Gucklicht. Ach, schade, in der Camp kommt das nicht ganz so gut. Ih, Stachel. Oh nein, oh nein, oh nein, er schießt auf mich. Ey, Julius, ich hab Regenbogen drin. Meinst du, das ist... Fade? Fade. Ja. Juhu, schießt auf mich, komm schon, ich nerv' dich, ich nerv' dich, ich nerv' dich, ich nerv' dich. Ja, ich hab's nur ein bisschen langsamer drin, weil mir das zu schnell war. Wie hast du mir das langsamer gestellt? Ähm, wenn ich... Helligkeitsmassen wirst du das sein. Das ist scheiße jetzt! Boah, Gott! Oh nee. Zumindest, äh, hier, der, die zwei. Hier, hier oben. Zumindest, dir hilft das bei mir. Ja, wird langsamer, wird langsamer. Hier, Dings, wer ist dran? Äh, Kubi! Hey! Ich will nicht auf den Camps, ich will auf den Camps sein, genau. Na! Wichtig, erstmal im Spawnheim wegziehen. Oh, seh' ich das grad' richtig und du trägst den Scuba-Suit? Ich hab' geallert. Der dachte sich grad' Surprise! Wo ist er? Surprise, motherfucker! Auch wenn Tobi den hier ist Tobi macht, der T-Tank sich trotzdem. Surprise, motherfucker! Alter, Kevin, geh mal auf meine Camp! Moment! Ah, das ist ja gar nicht der Scuba-Suit, das ist ihr Polizei-Outfit! Ja, keine Ahnung! Aber Tobi, mal ganz ehrlich, nix geht über den Scuba-Suit, oder? Na, echt nicht. Ich will nicht mehr auf den Scuba-Suit. Ich will nicht mehr auf den Scuba-Suit! Ich will nicht mehr auf den Scuba-Suit. Ach, mach' mal! Ich will nicht mehr auf den Scuba-Suit. Ich will nicht mehr auf den Scuba-Suit. Ey, Tobi, du hast schon extra ne Spaz, die die enge Räume komplett platten. Oh Gott! Oh Tobi, du bist so ein Spaz, ne? Warte, welcher jetzt? Und? Oh, ey, ey, ey! Boah! Tot! Nee, ist dran! Aber ist Julius dran! Ach, ne, alles scheiße! Alles ist erst dran, Judas! Alles chillig! Alles hat vielleicht schon tot! In 3, 2, 1! Was ist das? Hull die Pistole raus! Hull die Pistole raus! Hull die Pistole raus! Hull die Pistole raus! Das versuchst du nicht im Ernst! Ich hab's mit meiner Bosk grad geschafft, also... Ja, ist doch nur Bosk! Die ist ja auch Slug! Ja! Ja, lass weiter unten! Ja, jetzt nicht vom Dach, ne? Das wär ja ein ganz witziges Unterfangen. Wo ist er denn hin? Ist er tot? Warte nach links, Alessa! Ja, ich glaub auch! Du machst's auch noch! Spätestens wenn sie runterklettert... ...stirbt sie! Mäh! Oh, da war ne Kante! Mensch, Julius! Du machst es mir nach, oder was? Ne, ich mach's dir vor! Und du krabbelst jetzt auf dem Dach rum, ey! Komm schon! Ja, wo ist der Wichse? Am besten wär's, wenn du nicht hin kniest, anstatt zu krabbeln! Also liegen ist grad ne schlechte Idee! Ich würd eher mit hin knien! Weil sie dann noch beschossen wird, oder? Weil sie dann noch ungefähr Orientierung hat, wo ihr herkommen die Schüsse, ja! Und weil sie dann quasi mehr sieht, weil wenn du am Rand liegst... ...nach unten hin siehst du weniger, als wenn du kniest und nach unten guckst! Also ich kann mir halt vorstellen, dass hier oben ein Tower, für die Neue... Also jetzt rüber in Kids Room, da rüber, ein echt geiler Spotbear! Oder halt hier unten drunter, auf dem anderen Dach! Auf dem tieferen! Kevin, wenn du mir mal zuguckst! Moment! Also hier! Hier ist Sniper Room! Achso! Achso, LOL! Äh, warte mal, stell dich doch mal kurz dahin, bitte! Stell dich... Oder stell dich mal kurz an den Rand und guck mal kurz... ...durch die Gegend! Du bist! Neeee, der Spot ist echt nicht geil für die... Ja, ich meine hier unten, guck mal! Ja, nein, wirklich nicht! Da kannst du nur in das... ...oder, kannst du nicht effektiv für ihre Sniper nutzen! Eigentlich ist die Konsequenz im Innenraum komplett eklig! Weil du so viele Wände hast, wo du... ...in Reihe nacheinander durchschießen kannst! Ja, gut! Besonders diese Küche und Wohnzimmer oder was das ist! Alter! Alter! Einmal quer B durch! Wie sieht! Der Raum ist verstärkt und da ist keiner drin! Ich glaub, hier bin ich sogar... Das ist aber wirklich so! Ich weiß... Ich weiß aber, wo die Leute sind und Julius wird Spaß haben, wenn er da wirklich rein will! Ich brauchst uns Verdacht! Bin mir aber nicht sicher, ob's richtig ist! Was glaubst du denn? Wie gesagt, die sind alle unten rum! Ne, ne! Sind sie nicht? Da oben ist schon wer! Und in welchem Raum ist die Frage! Ähm... Im Fall Sammlungsraum war keiner! Mhm! Der ist schon mal raus! Oh! Pff! Chapeau! Er ist ja... Er ist ja grad erste Etage! Hinter der Wand! Okay, jetzt geht er ins Erdgeschoss! Da weiß ich nicht, was da fahr ist! Ich weiß nur, was in der ersten Etage für ne Party läuft! Ja, ich war auch in der ersten Etage und weiß, was für ne Party hier gerade geht! Ja, Treppenmonster, eklig! Hab ich... Hab ich mitbekommen, ja! Jaaa... Kann man versuchen! Das wird nix bringen! Da ist wirklich einer drin! Das hat man grad gehört! Die haben rumgemosert! Ja! Na wo? Unten wahrscheinlich! Ja! Oh, braun! Wir sehen gerade ein wildes Julius, was suizidgefährdet ist! Ich bin... Das ist nicht immer so! Naaah! Ausgerechnet der Medic ist suizidgefährdet! Du hast da doch schon reingefused, Mensch, Julius! Nee, ich hab daneben reingefused! Jaaa, da ist der Bereich auch abgedeckt! Kannst aber ruhig durchbreachen! Alles gut! Hahaha! Die Drohne war schön! Ja, ich... JIT! Nein, Drohne! Hahaha! Drohne erwischt! Hab ne neue! Alles gut! Also, Jungs! Ich will nix sagen! Wir haben nur noch 6,5 Minuten für 19 Gegner! Das wüsste ich! Gute Quote! Fuck! Jaaa... Und... Weg! Und... Boom! Weg ist dran! Let's go! Tobi! Inspannt, bitte! Oh, das ist aber jetzt ganz mutig, Tobi! Oh! Das stimmt halt leider wirklich! Pfff! Erstmal 100 Punkte gönnen! Alles klar! Kevin! Was? Wenn ich irgendwo einen Martizorn höre und mich wundere, wo es der wird... Ja! Hahaha! Ach, da sind die! Okay, ja, da sind viele! Ja, ich weiß, dass im ersten Geschoss immer noch welche dran sind! Die kommen nur nicht raus aus dem kleinen Versteck, die Spostis! Oder doch! Hm! Feuerwerker Zorn! Tobi! Ach, der andere... Ach, scheiße, Tobi, du hast ja keine zwei Bildschirme, ne? Hm! Doch, doch! Hast du auf dem anderen Bildschirm Discord offen? Äh! Guck mal! Als ob der da in der Ecke sitzt! LOL! Feuerwerker Zorn! So ganz erkenne, was... da... Warte, ich zeig dir jetzt die ersten Bilder! Ja, was ist das? Ja, was ist das? Das ist ein Schlauch jeweils! Das ist ein Schlauch jeweils! Schlauch, der ist nicht drin! Ja, ja! Lauf! Oh, wie... So! Pass auf beim letzten! Siehst du's? Ey, ich kann... Ich schick mir den Beitrag, ich kann das echt nicht erkennen! Yes! Pass auf, bis er lang gerannt kommt! Feuerwerker Zorn in der Nugel! Jennifer Lovett Siehts auch nur... Bam Bam! Bam Bam! Bam Bam! Hier, ich hab euch doch vorhin von dem Patienten erzählt, der sich an, ob sich da einer hingesetzt hat, Mann! Ja! Ja, was aber du! Alles klar! Wo bin ich gerade abgegangen, Digga? Ja, das war schon nice, aber die sind auch alle angekommen, ne? Ey, Jungs, lass uns mal die Reihenfolge so machen, wie die Scoreboards sind, also Alessa dann zuerst. Okay. Also, merkt euch alle eure Posi, zuerst Alessa, dann Julius, dann Tobi, dann Kevin, dann ich. Also, eigentlich hatte ich vor Pause zu machen. Also, Pause zu machen. Dann kommt mir dann zuerst Julius an. Julius, Tobi, ich, Tobi, okay. Also, dann Julius. Lass krachen. Show us what you can do. O2, can do. Ich hoffe ja immer noch instinktiv, also abgrundtief, Entschuldigung, nicht instinktiv, dass ich endlich mal einen scheiß FBI Operator kriege. Hm. Ich hab meine Daily Mission schon weg, also von daher. Kann ich ja nicht! Mit random vote! Konsulat! Ey, ich hab vorher schon ne Runde GSG gespielt, deswegen bin fein raus. Ja, aber was ich vorhin gesagt hab. Man, man, man sieht, man hat vorhin im Teamspeak echt gesehen den Unterschied vom Alter her zwischen Julius Headset und meinem. Julius? Was? Haben wir gesehen, wer neuer Oberbürgermeister geworden ist? Ja, der Grüne. Hab's irgendwie ein bisschen gehofft. Hey Julius, was darfst du mit Blackbeard anfangen? Yay! Okay, Ligger. Also, hab ich Blit! Ich bin Glass, danke. Boah, Bruder! Blitz und Glass, ja? Wir haben allgemein noch an zwei Projekten. Geil! Hey! Hey, ich muss ja nicht hier aufs Dach gehen, ne? Nee, du lief mal nicht. Aber warte, am besten bis wir oben sitzen. Ja. Bevor wir auf einmal geflankt werden oder so. Das wär halt so ein bisschen, hm. Also, jetzt darfst du an. Wär nicht mein Problem. Haha! Okay! Touché! Viel Spaß, Bruder! Darf ich? Ja! Das ist das falsche Fenster, hier will ich nicht einsteigen. So, ich nutze gleich mal die 42. Ey, komm ich weg vom Fenster. So, bisschen pöbeln. Einfach mal ein bisschen da rumstehen, um zu sagen, so, Kuckuck. Du grössst unser Scheiß. Kennt ihr nicht den Türöffner 42? 41 A kenn ich, aber nicht 42. Du, Öffner 41. Hey, mach Fitness hier. Schau mal. Über den Hocker springen. Geh nochmal. Vielleicht muss ich ja mal ein bisschen abnehmen, ne? Ja. Ich bin oben drauf. Fuck! Ha! Ach, komm schon! Ach, komm schon! Echt, alles was wir hier selber machen. Du schnittst dich jetzt wahrscheinlich vom Dach. Ja, genau. War mein Plan. Warum auch nicht, ne? Ein bisschen Training, ein bisschen Training, ein bisschen Training, ein bisschen Training, ein bisschen Training! Hm. Yeet! Ohol! Ich hab sie genau in die Scheibe geschmissen, ja geil! Aha! Der macht die Fenster-Shotting-Kick! Wie viel Schuss hab ich mit den Dach?! Nein! Ne, ich hab ihn da! Blitz! Ne, 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 ne! Du Wichser! Ey, ich bin, ich hab grade das Rape and Initiated kommt, der Objekte, der Wichser! What the fuck? Bruder! Ey, dann muss ich aber ganz dringend los! Sonst geht's dir gut, ne? Fuck, Meiler! Also, Julius, die gute Nachricht da schonmal, du wirst in der nächsten Runde nicht der Erste. So, Richtig! Vielleicht mein Discords so machen, sonst seh ich mal. Kann ich mein Discord eigentlich? Hm? Kann ich's? Kann mein Discord so klein machen, wie ich... Mal sehen, wer sich von Euch mit Medikamenten auskennt Moment, jetzt Moich aber mal kurz ein Bild grossmaan Quốc... H kingdoms, Hausarzt Kann ich eigentlich... Und so... Vielen Dank du. Weißt du, wofür Fru-Semit ist? Das... Ich hab davon schon gehört, aber ich weiß nicht genau... Nein, es ist ein Hahnfördernis. Und Ödeme sind halt Wasserbildung. Ja, klar. Oh, oh. Und damit das ganze Wasser halt rauskommt... Ja. 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 Also... Für unsere Ausscheidung von großen Mengen Gewebeflüssigkeit. Es ist schon lustig, was für Medikamente wir so alles auf dem Auto haben. Hast du Rasperil? Ja, natürlich. Wer weiß. Intraven... äh, als Hülber und als Tabletten. Ja. Machen wir ASS auf dem Auto. ASS ist Asperin. ASP. Asperin. Nicht Asseten. Nee, ASS ist ja wirklich... Du Scheiße. Ich bin Rettungssanikt. Nein, noch nicht. Nee, nee. Medikamente sind lustig. Medikamente sind lustig. Das würde er nicht überleben. So ein bisschen Chordarex. So ein bisschen Adrenalin. So ein bisschen Adrenalin. Also die war auch. Aracetamol. Nee. 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 Fuck. Aracetamol? Nee. Inka-Schmerzen. Ist ja langweilig. Ich, Julius Tobi Tobi. Ja, na dann. Ich, Julius Julius? Was? Ich? Ich, Julius Tobi Tobi. Achso. Ich tue RZS wie ihr sie... Hä, was? Was? Klingt nach Latein. Alter, ich bin dann raus. Tschüss. Tschüss. Okay, ich weiß jetzt. Julius. Ja? Achso, Alter. Ich identifiere mich aus der Apache Kampfhubschrauber. Du nennst mich bitte S und nicht RZS, Alter. Ah, 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 ah. Tobi, was ist denn mit deinem Booster los? Der ist leer. Ja, habt ihr das? Ich hab mir jetzt ausgelaufen. Gut, dann bin ich... Boah. Tobi, weißt du was ich denn bin? Was? Hm... Eurocopter... Warte, jetzt muss ich... Jetzt muss ich leider doch nachpucken. Du bist ein Pannenflugzeug, alles klar. Wollte ich grad sagen. Er ist ein Rettungshubschrauber. Tobi ist ein Kampfhubschrauber. Was bin ich denn? Schroren auf. Ja, ich bin Helikopter aus dem zweiten Weltkrieg. Schon verstanden. Ne, Moment, Locations. No vote. Wer hat gevotet? Bei Locations? Ich nicht. Ich nicht. Ich bin ein Eurocopter AS365N3. Gesundheit. Alles klar. Ja. Nach dieser Runde bin ich dann mit einer Runde raus und bin dann danach wahrscheinlich wieder dabei. Wie war das? Ich bin Kamikaze Flugzeug aus Japan? Kamikaze. Digga, ich bin der Reiskocher. Wer weiß, was damit gemeint ist. Die Atombombe. Plus. Genau. Ist einer... Ist einer der schnellsten Hubschrauber in der zivilen Luftrittung? Eliminate all our hearts. Digga, der schnellste Hubschrauber auf der Welt ist, wenn ich meinen Schwanz zum Hubschrauber mach. Na? Dann hebst du doch nicht mal ab. Ja, ja. Aber der schnellste. Ja, er dreht sich vielleicht schnell im Kreis, weil er so klein ist. Weil er dann so wenig Gewicht rumschraubern muss. Das verstehe ich doch. Juhuhuhuuu. Boi. Shots fired. Holy. Ja, ich kann das auch. Serious. Der war gut, Digga. Der war gut. Aha. Nebenraum. Dcm. Weil... Physik kannst du Tobi, ne? Verstehst du? Ne? Ne. Du... Verschenk ist Maschinenbau Tobi. Du muss's wissen. Will. Nicht zwangsläufig. Das sieht fast. hmmm 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 fuck come on kill me come on kill me warte ich weiß nicht wie ich den mit der Drohne dazu krieg warte respekt toby Nein, der Typ ging eigentlich auf Killingsfree. Oh, schade. Du hast ihm seine Nuke geneigt. Hat er deine Drohne auch mitgenommen oder was? Nein, nein. Aber er hätte fast auch noch durchgetötet. Aber zwei Kills ist doch keine Nuke, Alter. Er führt einen Bot schon. Oh, wow. Oh, wow. Oh, war doch klar. Und den nächsten bitte baiten, Tobi. Ja, Moment. Komm, Tobi, du schaffst das hier. We believe in you. Let's go, L3P. Aha, nächster Witz. Er hat's wieder geschafft. Nice. So. Frozen Mayor. Frozen Mayor. Weißt du, was meine Motivation ist? In der nächsten Runde nicht als erstes loslegen. Ach. Funktioniert ja bis jetzt ganz gut, Tobi. Ja, hier ist Elfieber, ne? Frozen Mayor. Frozen Mayor. Alter, fuck you. Ich brauch doch nur noch einen. Guck her. Beziehungsweise, beziehungsweise. Wenn wir's aufs Stewie aufbauen. Let's go, Frozen. Nö. Nö. Gitter, der Tobi kommt klatsche. Ist ne wunderbare Betäubung, äh, Beruhigungsmittel. Nö. Nö. Beruhigungsmittel wohl nicht. Entschuldigung, ich trinke halt so wenig Alkohol in meinem Leben und rauch halt so wenig, dass ich mich halt in so Sachen wie ihr sein ausleben muss, wenn anders was. Alter, was sch- Ich fang als erste an, was ist denn da jetzt passiert? Was?! Ahah! Fünf Leute, von links und rechts! Ohohohohohohohohohohoho. Ugh! Okay, Klatschmeister nächste Runde. Ach komm, äh, Frozen. Eine geht noch. Der ist schon weg. Digit. Ja, Julius. Dann spielen wir noch zu dritt. Ach du Kacke. Und wir beide sind die Klatschmeister, weil, äh, Tobi darf zuerst rein. Ahhhhhhh. Ja, ich denke, ich mache aber auch nicht mal allzu lange, weil ich möchte meine LED-Leiste hier noch umverkabelt haben. Alter, kriegst richtig Epilepsie. Das wirkt gerade ein bisschen wie so ein Horrorfilm, Tobi, bei diesem Blinke. Ne. Welcher Modus ist denn das? Flash? Was, der? Oder der davor? Das Blink, das schnelle Blink, ne? Das ist Strobe. Der zweite. Das ist bei mir. Vielleicht ist das doch eine andere. Ja, ich habe auch Strobe, aber... Das ist für mich kein Strobe. Ich verstehe unter Strobe ein bisschen was anderes. Und warum habe ich Monty? Ich darf Firmals spielen, wow. Ah, doch, jetzt ist es schnell. Okay. Ne. Schnelles weißes Blinken wäre halt wirklich so Horrorfilm-mäßig. Ey, ich bin da eher für Blaues. Ja, komm! Du. Ach, ich bin da jetzt von der Stadtübung, die wir gemacht haben. Ne. Ich glaube nicht. Also, wir nicht. Wir große Stadtübungen, gesamte Stadtfeuerwehr von uns und wir von den Manitern eben als Rettungskräfte. Kommen wir denn auf den Turm drauf, Tobi? Ja. Ich durfte MTW fahren. Mit Alarm. Komm mit, Yunus. Bin dabei. Was meint ihr, wie viel Spaß ich hatte? Come on, Yunus. Wir kommen nicht hoch. Lol. Aber nur da rein. Was ist das denn für ein Sp... What? Damit Sicherheit irgendein Gimmick versteckt oder sowas. Was meint ihr? Wie sieht denn den Spot aus? Was ich hatte. So schön nach rechts abbiegen, über die Linksabbieger-Spur und so weiter. Joa. Es macht schon Laune. Der Drone ist bereit zu gehen. Willkommen zu J-Site Drone-TV. Halt dich ein. Watching today? Wir sind Tobi. Tobi L3P. Da hat Tobi insgesamt Spaß aus mehreren Richtungen, ey. Wow. Der Wichser. Der Wichser. Ich hab mich expansiert, oder? Ich hab mich auf Euch geschossen, Jungs. Na, einer von Euch ist da. Ich. Von wo? Das sind ja schon mal sche- Scheiß- Startvoraussetzungen, ne? Stimmt wohl. Machen aus Dir den Kühlschrank. Mann, ihr könnt's ja nicht, sonst können wir ja nicht nehmen. Der hätte uns ein bisschen weh getan, wenn ich ehrlich bin. Wenn du den nicht bemerkst, der das meinst, ne? Nee, wenn ich der Schuss hier nach mir gedrückt hat. Ah, fuck, Schrohrpflinte. Julius! Auf schlechten Fall, krieg ich die auch gebetet? Ja, klar. Hey! Nee, dann hat er keinen Bock auf dich. Oh! 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 Komm schon! Na! Als ob der sich jetzt in den Tisch verkriecht! Spass! Spass! Na gut! Oh! 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 Ja, nach der Runde mach ich auch Feier Abend Mach das Du erlebst sie so gefährlich, Kevin Du siehst den Kopf Awww Au I need some time, but I can aim on the stuff Und zack von hinten Oh, oh Kevin Oh, 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 oh Dung Ganz knappes Häschen Ach was Ach, was Ich hab schon knappere Dinge überlebt Wesentlich knappere Dinge Sowas zum Beispiel nicht Scheiße Da hieß sie mitten in meiner Fresse Da waren's nur noch zwei Ja So, machen wir beide jetzt Eine Runde versuchen wir noch, wenn wir die nicht schaffen, dann äh Call it the day, I would say Sonst schon auch klein Weil ich da noch tuschen muss und dann mal schauen Na ja ihr Lieben, ich wünsch euch was Imfalls Sayonara Hat mal wieder Spaß gemacht mit euch zu quatschen Imfalls Immer wieder gerne Hat nicht Tobi gesagt, er kommt wieder? Eigentlich ja Hau, hauen sie rein Tschüss Kleine, ganz schöne Asi-Aktion, wenn wir dann einfach nicht mehr da wären, Alter Einfach nicht wiederkommen Der Anti Mh Na gut der ging wahrscheinlich davon aus, dass die Runden etwas länger brauchen Aber nicht mit drei Leuten dun bad Du bidu 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 bidup du bidu 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 Dup do bidu 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 Gibb Schon wieder Burg vivre ihr habt da jetzt schon FBI gespielt, Mensch ach Eliminate all Hustles. Stand eigentlich vorhin oben. Na komm, ich fang einfach an. Äh, ich war auf jeden Fall oben. Ja, okay. Warte, ich hab halt locker, ich hab 14 Kills gehabt. Oh, ich weiss auch nicht, wieviel ich gesammelt hab. Plus, ich hab ja auch noch, äh, Bonuspunkte gekriegt durch Wiederbeleben. Ah, hm. Bringt ihr wieder super an die Scheiße hier, ey. Viel Spaß mit der Clamer hier, Wichser. Oh, der ist ja doch wieder gekommen, der Typ. Hi! Weißt du, der ist nochmal 5 Minuten nicht da und schon einmal wieder... ...und was rechts dann noch von mir war, Tobi. Näää. Ja, warte, wir machen noch schnell die Runde fertig, dann kommen wir zu dir. Ja, äh, ich hab jetzt nicht gesagt, ich will damit jetzt nicht sein, dass ihr krepieren sollt. Näh. Ach, Kevin, glaub ich, du war das Beste. Ich hab... Ey. Ich hab grad so viele Steps gehört, dass ich dachte hier hinten kommt einer, aber nie. Nur so lange mal die Bar leer wollen, Alter. Ich will was essen, ich hab hier nix Pizza Ah, doch Soko Keks Soko Keks Der ist eigentlich morgens für die Arbeit, aber Ich hab noch einen über dem Etat übrig, also von daher Kann ich nur einen essen That works Ich hab für jede Schicht, die ich habe, zwei Kekse Für morgen sind noch, oh Da war hier unten angebissen da, dann lässt ich den angebissen da In der Mittagspause geh ich immer in so ein Restaurant, was bei uns in der Nähe ist Und in den Lego-Laden Ich esse während der Arbeit Ja, ich hab, drei Minuten von weg hab ich einen offiziellen Lego-Laden Nice Cool Ich darf da aber nicht so aufgehen gehen, weil sonst werde ich arm, Alter Was war jetzt dumm Wo liegst denn du? Treppenhaus vor... Ja, der Cocktail war... Mit Bildjahr daneben Mal schauen, ob ich dich von hier aus töten kann Haha, wird schwierig, ich lieg auf halber Treppe Ja, okay, ne Haha, warte mal, ich komm mal kurz ein bisschen rüber Ne Ist das so? Ne, da bist du... Ne Ah, knapp, Digga Können wir gleich mal eine konstruktive Tierhand spielen, also alle drei zusammen... Ne, das müssen wir auch machen Wir können auch Multiplay jetzt, wie sind wir zu kurz? Ja Wir Multiplay heute nicht mehr morgen gerne, aber heute nicht mehr Also eigentlich dürften Tobi und ich uns heute sowieso nicht mehr Multiplayer sehen nach der Runde vor heute morgen Da hat Tobi ganz kurz gepennt gefühlt Ja Ja Alter, ich weiß ganz genau, warum ich Nomad nicht spiele Wollt ihr ein Rifle nicht machst? Ich mag gar nichts von der Wahrheit, Frau, Alter Ich finde das Rifle sogar ganz geil, überraschenderweise Und ich bin normalerweise kein Freund von Rifles, die weniger als 30 Schuss haben Wie spielst du? Er spielt noch nicht Mit der AX Oh, ich finde die AX eigentlich ganz super Ich frage mich, ob irgendwer doch in meine Claymore reinrennt Irgendwo Abweilung Hahahaha Das waren fünf Wochenende oder so Eins, zwei, drei... Ja, das war zumindest schon mal vier Schüsch Tobi Mindestens vier Vielleicht ein Fünfter noch dabei, der grad hoch kam Das fand ich ja gar nicht lustig Ich find's aber witzig, dass der eine, der dich gekillt hat, sogar noch von deiner Charge weggeschossen wurde Das war ja ganz kriminelles Unterfangen Hm Kommt vor So, mal überlegen, wenn jetzt schon die Finals waren dieses Wochenende Zum Reveal des Updates Das heißt, wir haben jetzt wahrscheinlich noch so zwei Wochen Wo das Ding auf dem Technical läuft und dann im Dezember müsste die Season noch rauskommen, ja Ich bin gut Ich hab ja gar keinen Bock drauf Ich schon Ich hab'n Rang Ich... Können wir vielleicht dann vorher nochmal einen hohen Ranked gewinnen, damit ich selber... Der will auch noch Ranked spielen, naja, junger, der Anforderung, du Was, ob wir alle Parking Front genommen haben Hehehehe Klar Ne, Random Random Spawn Random Spawn, Random Operator, nein, alles gut Wegen Wir haben ja gesagt wir wollen ohne Normal spielen Ja, Normal Heißt einfach Random Random und... Ich nehme... Maverick Oh Gott Okay, ich spiel random Jetzt habe ich eine Nachricht gekriegt und ich kann hier sehen, wer ist der Bot? Ist der Bot? Ist der Bot? Dann ist ja gut Lass mal unten reingehen, hab ich gehört Sind schon unten Ich komm dir hinterher Ich hab schon mal 2 kassiert Alles gut Kann sich anlassen, besser gesagt Hä? Ach lol Tobi Entschuldigung Tobi Hm? Sorry, dass das so lange gedauert hat Alles gut Danke fürs retten Na? Das war ja sehr realistisch Der steht da rum und guckt nur so blöd durch die Gegend Sehr realistisch Entschuldigung, wir haben gerade das Porosen an, habe ich gehört Also das Erdgeschoss auch ist Ja klar Alter Hääääh Um Aber wo? Rechts? Eingesneed Häääh Häääh Dat Office ist clear Boah Was ist der Schulden, der auf mich geschossen hat? Wollt mal Hilfe Was? Wollt mal Hilfe Nämlich Wollt mal Hilfe Wollt mal Hilfe Oh ne 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 Wenn Hier hier ab ich habe gerade von 88 hp den water bekommen solide auch nicht falsch mit denen ob er nicht in der gegend rum noch mal wolltest du nicht eine runde rank spielen wird es ein bisschen spät jetzt? ich muss morgen 5 Fras Deine Entscheidung Deine Entscheidung wir machen eine runde rank eine Runde rank geht noch ein schluss wie Tobi sagen würde eine Runde rankt und dann einen Zapfenstrich immer noch Bombe Déjà-vu Pfff Bande immer Monty Natürlich Jekyll oder Maverick Jekyll 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 Drei Zwei Möbel Baaa Baaa Jekyll Jekyll Bonds Um Ja Pfff V D Oh Gott mit dem Silber-Niveau KD bei 1 1 1 es kommen 1 aber das ist der Silber-Füchtyp 1 Oh Gott zwei so richtige Suchtien ist das hieße schon 170 Spiele gespielt Reaktion Prozent den Berber steh ich jetzt nicht was man schiebt Ja Bombedinger Und? Der eine Randy bei uns ist Gold Niveau Der andere Silber Ja Spooky Bitch sehe ich so gar nicht heute Nee Danke Bitch Punkt Punkt Punkt, ja was heißt hier Punkt Punkt Punkt? Warte Nein Team Äh 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 Doch Bongo alter Jetzt muss Tobi noch einen rausholen lol Demi Cola unpaid noch Punkt 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 Der following message was not sent and will be reviewed for inappropriate conduct Slash 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 Wow Wie da zu Digga AFK Sowas von AFK eh Die folgende Nachricht wurde nicht versendet und wird auf unangemessenes Verhalten überprüft Warum? Ok was gibt's noch? Ähm Nein Nigger Secure the Bombs Das geht Hä? Fuse upstairs Aha Hm Wir jetzt Ich hab keine Wahlen mehr zu Reinforcen ok bye Ist irgendwo in der Hedge dabei? Nicht dass ich wüsste nein Ok ich hab gerade für das Wild drauf los schießen 50 Punkte gekriegt Pfff Scheiße Du Mongo Aua Entschuldigung Geht's Geht's Die Frage ist wie gut funktioniert das? Wie gut funktioniert das? Was ich hier gerade mache Vor allem wo sind die Gegner? Ich bin schon unterwegs und habe platziert die Kameras kaputt gemacht Na gut aber meine Kameras kam ein bisschen was da hin So meine Kamera Oh ne jetzt gebänkt Ich hab den Haupt Enemy fronted Hauptkorridor von da gebänkt wurde Da seilt sich einer ab Da seilt sich einer ab oben Ich hab's gesehen Fronting Max Ich frage ist hat der mich Kommt jetzt einer durch die Tür An der Tür Tschüss Nomad Oh schön mit dir Thank you Man muss gerade ne Fertig Ist der Tunisch da hochgegangen War wo? Auf Die haben hier aufgemacht Ich fand die Schwastis Die haben hier aufgemacht Ich fand die Schwastis Oh Leute haben auch das Fenster offen Ich hab gerade durch das Loch gekrabbelt So vier tot Wer ist letzter? Also ne Firmheit Zumindest nach Aussage des Rindys Oh hier kann man den nicht hinlegen Schade Wo ist er? Hm? Über uns? Oh dahinten Oder wo? Ich sehe den Ding nicht Dahinten Ah ok Ist das denn der Einwungsfalle oder was? Wo ist er ja? Nee er ist gerade hochgekommen zu mir Ja der Slow OP Der schafft doch nicht mehr lange Oben über uns Du ignoriert die Kamera Der Schwastis Als ob du die Kamera ignoriert hast Wow Ja ne Der hat ja keine Zeit mehr gehabt Achso Ok 20 Sekunden hatte der noch Oh ok 15 hat er auf jeden Fall noch gehabt Wie lange dauert das Diffuser Flenden? Flenden Flenden Oder 8? 5 Sekunden Ahm ne 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 Alter wir sind unten ne Alter wir sind unten ne Oh hier ist mein Team Das ist ne flammende Angelegenheit hier 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 5 Sekunden left 5 Sekunden left 5 Sekunden left 10 Sekunden Scheiße, um doch Ah, fuck Amaru Toxic Before B Ich sehe da keinen Ich sehe da auch noch keinen Ich bin in B Was sind wir da im Tresorraum noch irgendwo in der Nähe? Vielleicht sind die gerade Garage, vielleicht meinte das dann Garage bin ich Hm Keine Ahnung, was es sein soll Boah, der meint vor A, das kann natürlich auch sein Hm Ja, es klingt auch noch ein bisschen sehr viel Stress bei ihm hier Auf A Ich hab bei A guckt einer, Achtung die Wand ist offen Auf 4 Sighted, Basement Also ich hab den kompletten Gang nach B rein, ne? Hab ich ihn ein bisschen und Tobi steht da sowieso Ist das noch? Steht vor A, Tobi 15 Sekunden left Direkt vor A steht der Direkt vor A steht der Direkt vor A steht der Lass mich den kill kriegen, but uh Ich glaub nicht, der ist oben Na, dann ist er grad hoch Der ist zu dem hochgelaufen Stimmt, das seien wir die Treppe, die haben jetzt gerade aufgeschossen Warum hat der hinwollte damit? Warum hat der hinwollte damit? Hahahaha Hahahaha Ehermann Der war jetzt aber nicht bereit, alter Hahahaha Der weiß wie es läuft Safe up, nigger Hahahaha Aaaaaaah Weil das ein relativ Awe ähnliches Modell ist Modell Hahahaha Aber das ist für ne Durchlade-Sniper viel zu schnell eigentlich Das Ding schießt so schnell wie ne fucking Scout, Junge Protect the Bomb Schneller sogar noch Da kann was nicht stimmen Naja, wenn du Wenn du ne Waffe glaub ich Schlangenung gesetzt kannst Du die relativ super Luftgewehr auch mega schnell Abladen Naja Für so'n hohes Kaliber so schnell durchladen ist halt echt hoch Wir müssen auf jeden Fall abgeben Aaaaaah Hahahaha 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 down to ten seconds five seconds ein switch vorne down last dead Okay, ich hab mal Glas gespawnt. Solide. Okay, Tobi verbunkert euch, sehe ich gerade. Jep, weil die schon die ersten Schuhen schießen. Den Gang brauche ich gar nicht gucken, wo unser wundervoller L3P drinsteht, gefühlt. Ja, den Gang wo du da stehst, den brauche ich gar nicht zu ko- hallo? Hallo? Na komm runter. Na komm runter. Ich weiss du was runterkommt. Ich weiss du was runterkommt. Ich weiss du was runterkommt. Auf dem Brecher. Alles klar. Ne. Irgendwer ist wieder auf dem Dach unterwegs. Hat von der Scheibe aufgemacht. Hm Links, ok Wollen wir einfach mal runterkommen? Werden sie gleich Wow Das war ziemlich nah am Objektiv Und die Ach lol, da Scheiße Die sind an der einen, Blackpeat ist an der einen Banditband Dann an der Satz davon Wie ist er denn da? Ach, der Fletcher, klar Nein Boah Sag doch mal, dass du das bist 15 Sekunden left 10 Sekunden to go Opt for last stop standing Fuß auf Kommt, langsam zur Tür Steht gerade an der Treppe Fuck Fuck Er ist nicht er kaputt ist Loll Er hat ja Bandit-Fragezeichen geschrieben Ah What up Jawoll Spawn Peak Area brauche ich jetzt nicht unbedingt Spawn Peak Area Spawn Peak Area Wo kann ich den anderen hin? Die Frage ist, was finde ich jetzt? Na Frage Ich würde mich das nicht random picken lassen Oh komm Rechte Idee Wir haben einfach so ein bisschen einen Hardbreacher irgendwo Just in case Just in case Ha Natürlich geht er zum Ali-Axis Oh ja Ahhhh Need to turn your drone to locate a bomb Ha 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 Als ob ihr komplett zu dritt da hinten hin gerade seid Ach so Ha 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 Klar, Digga Ist das nicht richtig Unten Oben ist es High Cup Und nicht Körn Keller Halt Keller Und da Wann besitzen kann ich nicht vorsichtig Was heißt Spawn Peak Area ist grad eher bei mir 10 Sekunden Ich habe dem Mira Der sitzt mit Eko, da ist 5 Sekunden Die haben auch Capcon Na ja wird lustig You must locate and defuse a bomb. You have located a bomb. Hm. Beide Mira Fenster offen mit einer Drohne. Maschine. Offen, offen, offen. Was sind die beiden Mira Fenster eigentlich? Standard. Standard Fenster? Ja. Ich bin nicht mehr so Meta Tobi. Eins in Garage rein und eins in A rein. Nee B. Na warte Cam, ich komm mal bei der Internet hin. Und das Mira Fenster, ich sehs gerade. Ja, genau. Solide. Er ist weg, Kevin. Time to ring some ears. Das war. Kapkan. Ikig voice on. Nketjes. Nketjes. The teams where they are at – shi d emission. Mom's dead. Hinten den Gang bei T4G, hab ich. Wieso hör ich denn nix von dem Typen? Der ist bei A. Ja, hinten drin, ich weiß. Soll ich rein in B? Ja. Direkt das Ei, Bruder. Geblendet. Rechts von dir. Ja, da rechts, rechts, rechts. Ja, da, aim einfach so, aim so, ja. So, ja. Soll ich hinten gucken? Ja. Genau, du aimst da. Perfekt. Kannst dich nicht ablenken. Wer kommt? Ja! Trash okay? Ine? Du hast gerade einen Erfolg freigestaltet ohne jeden Hakel. Ah Loo, als ob ich bei dem noch ge-echoed war. AchIe, ne du bist nicht gestorben der ganze Match über. Als ob ich bei da killcam noch ge-echoed war. Ja. Ja, Hexor confirmt uns so, Tobi, ne? Ja, Silber! Was hab ich denn für ein Achievement geschafft? Ey, Silber 2 again! Hup, hup! Silber 5 Was hab ich denn mit Gold 2? Was hab ich denn fertig? Ach, Verteidiger! Drei Runde als Verteidiger! Ja, moin! So, dann, vielen Dank fürs Spiel! Ja, immer gerne! Ja! Dann... ...sieht man sich, hört man sich, irgendwie, dann, ne? Wo bist du denn? So, mit meinem Gruschen, jetzt meine Herausforderung! Und mit dieser Herbenenttäuschung... ...zurück ins Zelt! Peace! Na dann, tschau! Ciao!